Willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, da geht's wohl weiter, oder? Ne, wir haben ja uns aufge-powered, oder? Oder wie sieht das aus? So mit unserer Dingens... Nichts rumhauen hier. Ah, wir haben nichts mehr. Okay, wusste ich gar nicht mehr. Dann geht's wohl wieder nach draussen. Ja, wirklich, sorry, dass hier der Bildauschnitt so klein ist, aber... Geht nicht anders. So, mir wirklich leid. Hier ist nichts mehr, oder was? Ne, nicht rein! Ne, 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 ne. Raus! Ja... Was haben wir hier? Äh, nimmst du mal da eine... Fackel, seine Dingens, deine... Nimm doch schon! Ich weiß, dass du doch noch die Laterne hast! Ich möchte doch nichts vormachen! Ey, Moment, Moment, Moment! Jetzt erstmal hier... Die Waffe auf... So... Haben wir sonst noch was? Da bin ich... Da bin ich... Okay... Na, ich seh einfach nicht viel! Ich weiß nicht, wie es euch nicht, aber ich seh nicht viel! Ich seh eigentlich gar nichts, fast! Doch, da hinten blau! Dann geht's wohl weiter! Ah, kann ich das hier nehmen so? Nein! Böse Baum! Böser Baum! Weil Baum! Ah, von da kamen wir ja! Okay, okay, okay! Dann geht's wohl... Hier weiter! Oder? Ich, ich, ich... Hab gerade keinen Plan, weil ich nichts seh! Okay... Geht's denn lang? Also... Ne, Moment, da kommen wir ja! Dann geht's wohl... Hier lang! Ne? Geh' ich mal! Oder falls geht auch keine Laterne, dann geht's dafür... Ah, ja! Okay! Okay! Geh' ich mal... Äh! Da ist hier wer! Da ist wer! Da ist wer! Ja, 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 ja! Schön im Gras bleiben! Hat was von Metal Gear Solid 3, ne? Snake Eager! R und Schnellangriff! Okay! Ich bleib' mal hier! Es ist uns ja nicht! Oder? Ich gebe trotzdem ein bisschen nach hinten! Man weiss ja nie! Man weiss ja nie! Ja! Okay, okay, okay! Schnell, 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 schnell! Du siehst uns nicht! Du siehst uns nicht! Du siehst uns nicht! Du siehst uns nicht! Und... BÄM! Hier Massage! Jo! Hat der was für uns? Nein! Doch! Da hab' ich was gesehen! Hallo! Ja! Glibber! Verbrennen und irgendwas kann man auch! Nein! Nein! Das wird ja noch kommen! Das wird ja noch kommen! Kann auch nichts kaputt gehen! Ja! 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 Ich hab' sogar mal was! Das ist der andere Trottel! Also wenn ihr bis jetzt das Let's Play verfolgt habt! Wenn ihr schon rausge... rausgezappt habt! Ja! Jetzt sollten wir was sehen! Ja! Wunderbar! Ah! So find' ich's klasse! Okay! Wir... Gehen mal raus! Sonst ist hier nix! Oder? Keine Fallen! Die Fallen können noch kommen! Ich weiss das nehm' ich noch! Von Grog! Da können noch Fallen kommen! Langsam... Kann ich das hier vielleicht mal nehmen? Du bist echt zu nix zu gebrauchen! Du Charakter! Du! Ich hatte doch mal ne... Also Ding als ich hatte doch ne... Ich will immer Ampel und sagen... Okay! Da brennt was! Und wenn was brennt... Ich weiss noch nicht ob das gut oder schlecht ist... Aber ich geh' mal... Aber da ist niemand, oder? Ist da jemand? Hallo! Niemand in der Nähe? Gut! Mann! Hat mich die Statue da jetzt erschreckt! Ich sieh' was? Weisst doch nix, oder? Warte! Äh... Warte! Daneben nicht! Was bist du? Weisst du was? Kommt da was? Nope! Okay! Weiter geht's! Redukt! Geh' doch auf! Ja! Oder so! Ha! Möh! Erschreck' mich doch nicht so! Ha! 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 Gut! Weiter geht's! Ich geh' mal hier rüber! Falls es euch nicht stört! Mach sie kaputt! Hallo! Mach's kaputt! Echt jetzt? Tss! Was war... Weiss er was? Nein? Schweinerei! Ich glaub' da hinten ist doch was! Hinter der Mauer ist doch was! Ja, ja! Ja! Genau! Hallo! Hallo! Da auch! So'n Fatzkes! Haben wir den hier getötet? Ah nicht, das ist wie ein anderer! So'n Brille nicht vergessen! Was ist das? Mach'n Träte! Und Hallo du! Ja, ihr seid meine Zwei Schönlinge! Automatische Zielen! Aha! 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 Ich seh' mich eigentlich zuwider! Moment, 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 Moment! so geht dahin kommt der nee 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 ja genau geht dahin automatisches sie dann okay ja jetzt muss er natürlich alles der Hockey raus Headshot jetzt aber yes trifft ja nicht toll trifft doch nicht trifft nicht mal hey dann eben geduckt sind die uns? neoooin im flachen Gras ee nich sind die uns? lauf 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 lauf?! lauf 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 ja 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 gut 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 hier schön verstecke versteck mich doch nicht so已 Porno das Gewitter. So, wenn wir ganz viel Glück haben. Hä, was? Oh nee, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Also er sieht uns, aber er kommt nicht. Doch, jetzt kommt er. Na gut, komm her. Bam, bam. Und ich würde gerne was sehen. Ich sehe immer gerne, wenn ich... Hä? Was denn? Ach, du hast mich gebissen? Man weiss keine Leute, was ist das eine Leere. So, Flansch, Flansch, Flansch. Und ich so und dann geht und Flansch. Schitt ihr wieder auf? Nein. Sicherheitshalber, zerstückeln. Da hat jeder Amokläufer Freude. Gut, nicht, als ich Amokläufer wäre, aber wir haben keine Zündhölzer. Wieso haben wir keine Zündhölzer? Äh, lässt du vielleicht auch irgendwie nach? Oder automatisch? Oder wie? Oder was? Na gut, Na gut. Na gut. Komm, was soll der Geiz? Hä? Sind sie nicht mehr da? Sind sie reingegangen, um zu pennen oder was? Das ist mir gar nicht so gehoher. Da ist er, da ist er ja. Eigentlich könnt ihr mich an dir vor... Hä? Vorbei. Ah, ja toll. Ja, komm her. Jetzt muss er noch nachladen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Das glaube ich, dass er jetzt tot ist. Also, wenn der nochmal aufsteht, dann... dann, dann... habe ich jetzt alles versucht. Es geht wirklich nicht. Ich kann's nicht einstellen, dass man mehr sieht. Also, bitte schaut im Vollbild und so. Tut mir wirklich mehr als leid. Ich kann's nicht anders einstellen. Geht nicht. Es geht einfach nicht anders. Äh, ich will hier eigentlich zuerst schauen, was dahinter noch ist. Die Knarre nehmen wir weg. Achso. Ja, tolle Wurst. Hier ist nix. Hier sind... sind halt so schön. Ich denke mal, dass sie draußen... sind ja schon Hine. Und... ja. Können wir Energie brauchen? Eine schon. Aber ich warte noch. Hä? Was war hier? Achso. Was? Nein! Ich will sie nicht verfackeln. Ah, le comio. Warte. Na gut. Schau, sie sind Hölzer. Und nicht, dass ich verbraten muss. Was soll's. Erstmal Pen. Nein, Quatsch. Spritze. Wie viele Spritze haben wir denn? Zwei. Ah, eine. Tolle Wurst. Ich setz mal mal auf unten. Und das ist hier drin eh. Ah, wir können uns verstecken. Wieso können wir uns verstecken? Wir sind doch gar nicht in Gefahr. Oder etwa doch. Wer weiß. Wer weiß. Und jetzt? Boah, hab ich das jetzt erschreckt. Heiligem Dopplerone. Das kann man... äh, hallo? Ja. Alter, fast wär ein Kopf kürzer geworden. Meine Herren, du. Ist jemand? Ist ein bisschen anders aus, oder? Nein, wir sind rundherum. Ah, kinass. Bin rundherum gelaufen. Tja, sooo spart ihr keine Heizkosten. Das kann ich euch versichern. Geht's hier lang? Nö. Dann geht's wohl weiter. Ah, hier ist was. Hier ist was. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier ein Leuchtturm am See? Stand der schon immer da? Das kreisende Licht ergreift mich. Durchtrinkt mich. Ich habe das Gefühl, dass er jedes Mal, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Tja, ich weiß das ist auch noch nichts. Ah ja, wir können ja da lang. Erstmal aber hier lang. Zum Dingens. Das kann ich wie... So kann der seine blöde Late... Wo hat er seine Lateine gelassen? So. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Scheint so. Okay, zurück. Also, weiter. Zurück und weiter. Kann ich da rüber klettern? Oder rüber laufen? Gut. Bei Pokémon ging das wieder nicht. Tch! Auch ein F... Äh! Du kannst... Okay, 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 okay. Ich schleich mich mal ein bisschen. Hoffentlich sind da keine Fallen. Kontrollpunkt. Das ist schon mal gut. Und sieht niemand, oder? Nein, du hast mich nicht gesehen. Guck weg, guck weg. Hast mich nicht gesehen. Ich bin kein Mensch hier. Kein Mensch ist hier. Also, ich bin schon Mensch, aber... Ach so. Ach, der Castellanos. Ach, der Castellanos. Hat der sich geschlichen, oder was ist er plötzlich so neu? Weißt du, wisst ihr was? Ich geh hier lang. Ich geh hier lang. Klar, warum nicht? Ist da hinten auch jemand? Oder wat? Okay. Er sieht uns nicht. Ist da hinten jemand? Ja. Hm. Hm, hm, hm. Wir sollten uns eigentlich anschleichen können, wenn der schön da hinten bleibt mit seiner ollen Fackel. Hä? Man sieht doch niemand, oder? Ich seh ja selbst nix. Nee, nee, der sieht mich nicht. Eigentlich sollte ich den anderen aus... Ja, toll, meinst du? Ich zünde hier was an. Ja, denkst du? Verbrat doch nicht meine kostbaren Feuer... Doch, der hat mehr... Der hat mehr Laterne hinten. Seht ihr das? Der hat mehr Laterne. Wieso kann ich die nicht ausrüssen? Äh, nicht benutzen? Schweinerei. So. Du dich erst mal schauen, wie du umherläufst. Deine Fackel kann ich... Gebrauchen. Bleib, 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 bleib. Ai, ai, ai. Ja, du siehst mich nicht, nein, du siehst mich nicht, nein. You don't see me, you don't see me. Hä? Allekommir, du. Gib mir die Fackel her, wenn schon. Das ist nix für dich. Hirnis sollten keine Fackel tragen. Au! So. Der andere hat zum Glück überhaupt nichts gemerkt. Und ich... Neh mir hier mal ne Spritze. Toll! Noch mehr Energie geht, ne, ne. Fackel, Fackel, Fackel. Und ich zünde dich mal an. Niii! Wieso, wieso, wieso? Ihr habt doch ne Fackel! Ey! Ey! Du, du, du regst mich auf. Kasselanos, du regst mich langsam echt auf. Du bist so ein Hirni. Ey! Echt jetzt. So. Wo ist der andere Hirni hier? Hier waren ja zwei. Was weiss ich! Ah ja, jetzt kann ich mich eigentlich an den anschleichen, oder? Ja. Sollte gehen. Und da ich mich anschleichen kann, mach ich kein Feuer zu verbraten. Aber, 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 aber. Also ich habe das bei Gronkh gesehen, da konnte ich das. Mit der Fackel. Und ich so, ja, irgendwas bei mir jetzt nicht ging. Egal. Erstmal Hirtenmassage. So. Nimm die Fackel wieder auf, ja. Also ich wusste, dass das Spiel Macken hat, aber. Bitte, nehmt mal logische Macken. Nein, darf. Ah, endlich. Feuerzeug. Feuerzeug. Was? Zu viel? Ich habe schon. Dann zieh ich halt den anderen hier an. Da habe ich keine Hemmungen. Wo war er denn? Wieso, 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 wieso drücke ich mich eigentlich? Hello? Ja. Falsch gedrückt. Ja. Kriegste Bar. Nein, du bist es gar nicht. Hey, ich kann ja den anderen. Nee, den will ich aber nicht. Ich habe doch hier was gesehen, als ich anzünden könnte. Hier war was. Ja. Heuballen. Wieso, wieso, wieso? Ah gut, ich muss ja, ich will ja. Und was bringt das jetzt? Osterfeuer oder was? Lecomia, du. Ich brauche hier echt noch ein bisserl. Ach so. Das wusste ich ja nicht. Ah ja, kann ich den? Nee, nee, der ist ja schon tot. Den zünde ich nicht an. Aber hier nehme ich erstmal Streichhölter. Und das ist hier. Munition! Ay caramba, ich habe Munition. Wie schön ist das denn? Munition! Eieiei. Fühlt mich wie als schwersten Weihnachten. Spritzen habe ich keine mehr. Danke dafür. Erstmal ein bisserl pullern gehen. Ah, nee, der muss ja gar nicht. Ey, was soll das? Ach. Ja, das wäre irgendwie der Himmel. So schöne Wolken. Gut, weiter geht's. Jetzt mal rüber. Danke. Was gibt's hier so? Bären fallen. Die? Können wir. Gibt's erstmal was dazu? Da ist auch noch was. Da ist was. Eieieieieiei! Ich dachte, du bist weiter hinten. Okay. Nimm das. Ja, hab dich auch lieb. Ja genau. Wieso nimmst du eigentlich nicht deine Fackel? Kannst du mir das mal erklären? ach so knopf ja ihr nicht menschlich du doch nicht so dass sie mal ein bisschen warm bekommen was ist hier drin ohne flasche will ich jetzt aber nicht sonst noch was nein alter ich habe wieder kaum energie aber wenigstens humpelte nicht die ganze zeit das ist das rechne ich dem hoch an was mein controller hat vibriert deshalb es geht hier einfach so durch ach so und hier haben spritze benutze ich gleich ja das ist doch die spritze bitteschön ich hatte noch hey der hat mir gar nicht so viel energie abgezogen wie ich gedacht habe meine herren du wo ist meine fackel hin wo ist meine fackel ich habe eine latene und wieso kann ich die nicht benutzen ich schaue mir im tutorial nach also schleichen symbol blablabla verstecken blablabla bla 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 durchgtern laszern benutzen Ah, jetzt geht's. Den linken Stickdrücken im letzten Part habe ich es ja noch gewusst. Ey, mein Hirn löst sich langsam auf. Nein, keine Sorge. Äh, äh, war ich hier schon? Ja oder nein? Ich entscheide mich für Ja. Dann geht's ja wohl weiter. Ah, ja, hier war, ja, hier, hier, hier. Den haben wir gepasht, der ist kein Problem mehr. Gronkh hat hier eine vierte Stunde gebraucht. Und ich bin so ein Dämlack. Hau mal ab. Du sollst abhauen. Ey, das ist gute Taktik hier. Räuchte ich ins Feuer schupfen? Schupfen? Schubsen? Ja, wie Schweizer sagen. Ey, hab dich auch lieb, ja. Aber nicht so sehr. Jetzt, geh mal weg. Au. Jetzt kriegst du den Druck. Dreifach. So. So, jetzt. Ich weiß, ich kann nicht auf ihn schießen, aber bis der seine Waffe gezückt hat. Bäm. So geht's. So geht's. Mann, wie viel hält der aus? Alter Falter. So. Kopf zerberstet. Und irgendwo hier habe ich meine Laterne fallen lassen. Nein, ich habe sie noch. Dann nehmen wir sie doch. Schade, dass man mit den Laternen niemanden abfacken kann. Ey. Hey, 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 hey. Habt ihr das gesehen? Da ist auch noch sowas. Kann ich das hier so nehmen? Hey, Moment, 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 Moment. Ist hier nicht noch einer? Ist auch noch so? Ne. Ganz fiese. Ganz fiese Falle. Es erinnert mich so sehr an Dingens. Resident Evil 4. Genau. Kann ich mich da drunter durchschleichen? Geht das? Ja. Okay. Na, ich hab... Ich hab jetzt die Falle verbrannt. Da hätte ich den anderen schön reinlocken können. Ist es mir in den Sinn gekommen? Nein. Gliber, Gliber, Gliber. Eigentlich heißt es Gel, aber ich sag dem Gliber. Gliber. Passt doch. So. Entschärfen. Gut. Okay, wo geht es jetzt eigentlich weiter? Hier nicht. Hier schon. Ja. Was haben wir da? Tja, das finden wir raus. Im nächsten Part. Leute, wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Abonnieren. Und wir sehen uns ganz sicher im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.